Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zum neuen Video von uns. Mein Name ist der Buddha und wir sind die Snicklers Guild und wir machen hier auf YouTube Videos rund ums Thema Play2Earn. Heute meine lieben Leute, ich wurde gefragt, kann ich nicht nochmal ein Einrichtungsvideo machen? Also wie richte ich mir denn alles für Maushauen ein? Und genau darum soll es heute gehen. Also lasst uns direkt starten. Viel Spaß beim Video. Ich will euch heute den Weg zeigen, wie ich Maushauen spiele und was ich dafür benutze. Es gibt bestimmt auch andere Wege, aber ich zeige euch einfach aus meiner Meinung nach den einfachsten Weg. Und das ist der Weg, dass wir eine Metamask haben in unserem Browser. Die kann man sowohl im Brave Browser, Chrome und auch Firefox benutzen. Ich glaube, sie soll auch bald für Safari kommen. Das ist dieser kleine süße Fuchs, der hier oben ist. Für diejenigen, die es schon haben, die können das jetzt hier skippen. Und genau, die Besonderheit bei Metamask ist, wenn wir es für Maushauen benutzen wollen, dass wir hier auf der BNB sind. Also auf der Binance Smart Chain. Und falls ihr die nicht habt, also wenn ihr die jetzt erstmal installiert habt, die Metamask, dann werdet ihr auf dem Ethereum Mainnet sein. Da müsst ihr einfach mal hier oben draufklicken, Ethereum Mainnet und dann auf BNB, ganz ganz wichtig, darauf switchen. Aber wir wollen uns die ja auch erstmal einrichten. Bei der Metamask will ich direkt sagen, ganz vorsichtig bei sein. Wirklich nur die offizielle runterladen. Und was mir schon mal aufgefallen ist, mir auch schon mal passiert ist, ich habe Metamask Download gegoogelt. Und als allererstes kam mir hier eine Anzeige. Da stand Anzeige und da stand dann Metamask. Und das war nicht die originale Metamask. Da hat man eine andere Endung am Ende gehabt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Selbst wenn es metamask.com war, war das eine Fake Wallet. Und da verliert ihr eure Assets. Also passt ganz genau auf, wo ihr die runterladet. Die echte ist metamask.io. Hier sehen wir es auch nochmal. Chrome, Android, iOS. Achso, auf dem Handy geht es also natürlich auch. Ja, aber wir sind ja jetzt hier gerade am PC. Ich würde es euch auch am PC hier empfehlen, weil wir später auch in den Marketplace wollen. Und da ist es einfacher, hier das am PC oder am Laptop zu machen. Also ladet euch die hier runter. Brave Browser geht auf jeden Fall auch. Da trotzdem einfach auf Download klicken. Ich bin ja großer Freund auch von Brave Browser. Aber genau. Also hier die offizielle runterladen bei metamask.io. Danach werdet ihr eure Seed Phrases aufschreiben müssen. Ganz, ganz wichtig. Das sind die Keys zu eurer Metamask. Zu all euren Assets. Ganz, ganz wichtig. Schreibt euch die nur auf Papier auf. Und auch nur, also mit Stift auf Papier. Macht kein Foto davon. Und am besten auch, ich schreibe sie mir immer zweimal auf. Habe sie an zwei unterschiedlichen Orten. Falls, sagen wir mal, ich weiß nicht, das Haus hier abbrennt. Dass ich trotzdem meine Keys auf jeden Fall noch woanders sicher gelegt habe. Denn wenn hier das Haus abbrennt, ist mein Laptop weg. Sind meine Keys weg. Und da kann man dann auch nichts mehr machen. Von daher auf jeden Fall zweimal aufheben. Und dann ist auch gut. Der nächste Schritt ist natürlich, ihr wollt ja auch irgendwie jetzt Assets auf eure Wallet bekommen. Ja. Wie macht man das denn am besten? Da gibt es natürlich auch wieder viele Möglichkeiten. Ich zum Beispiel selber bin Riesenfreund von Crypto.com. Ich selber nutze Crypto.com. Wirklich mittlerweile nur noch Crypto.com. Auch nur auf dem Handy benutze ich gar nicht auf dem Laptop. Ich benutze Binance selber nicht mehr so viel. Ich meine, ja, würde ja hier Sinn auch geben, Binance zu benutzen. Aber Binance ist halt einfach, die stellen sich bei so vielen anderen Mainnetz, außer die Binance Smart Chain und Ethereum, stellen die sich echt quer. Ja, da reden wir jetzt gerade so zum Beispiel Polygon. Wenn ich zum Beispiel was von Pack Axie rausziehen möchte und das zum Beispiel in Maushand reinzutun, dann stellen die sich da super, super quer. Machen da, ja, das Netzwerk am Tag zu. Und dann kann ich da nichts mehr rüber senden. Muss warten oder muss es wieder umtauschen und woanders hin senden. Deswegen habe ich mich entschieden, ich benutze nur noch Crypto.com. Crypto.com ist richtig, richtig geil. Falls ihr noch keinen Crypto.com Account habt, nehmt unseren Rev-Link, der ist unten in der Videobeschreibung. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns damit auch unterstützt. Wenn nicht, ist auch gar kein Problem. Aber trotzdem, ich bin ein Riesenfan von Crypto.com. Und wie gesagt, dort habe ich zum Beispiel BNB dann drauf. Also habe ich hier drauf. Kann man einzahlen per Banküberweisung, per Kreditkarte. Alles ganz, ganz einfach auch über die App steuerbar. Also wirklich super, super simpel. Genau, und dort habe ich dann mein BNB liegen. Und kann das ganz, ganz günstig einfach rüber senden in meine Metamast. Kopiere mir dann einfach aus meiner Metamast meine Adresse raus. Das ist die hier oben. Einmal nur draufklicken und gebe sie dann einfach nur ein bei mir in der Crypto.com App. Und kann mir dann meine BNB rüber senden. Und kann sie dann dort swappen. Und wir wollen sie ja swappen, denn wir wollen ja dann auf dem Marketplace auch Boxen kaufen. Und diese Boxen kaufen wir mit MHT. MHT, Maushauen Token, haben wir jetzt gesehen. Ist gerade schon bei 1,17. Ist die letzten Tage richtig hochgegangen. Ich glaube das erste Video, das ich gemacht habe, war bei 88 Cent oder so. Und sind wir jetzt dann hier wieder immer hoch und runter gewesen. Wir waren hier glaube ich bei 1,26. Sind jetzt bei 1,17. Ich habe auch bei 1,22 glaube ich nochmal was gekauft, weil ich noch mehr Boxen jetzt kaufen möchte. Deswegen genau, wir müssen MHT swappen. Und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Die nächste Website, die ich euch zeige, das ist PancakeSwap. PancakeSwap, wieder drauf achten. Die Endung ist Punkt Finance. Also PancakeSwap auch einfach mal googeln und dann halt drauf achten, ihr wollt da auf Punkt Finance sein. Und hier könnt ihr dann einfach, wenn ihr euer BNB in der Wallet habt, könnt ihr BNB auswählen. Und BNB wollt ihr swappen zu MHT. MHT, wenn ihr es nicht findet, einfach mal hier MHT eingeben. Und wenn ihr es da noch nicht gefunden habt, das kann manchmal sein, dann kopiert ihr euch einfach hier die Adresse raus. Klickt hier einfach auf Adresse kopieren und gebt die dann hier bei PancakeSwap einfach ein. Da findet ihr da jetzt. Aber ich habe es schon geedit. Edit by User. Maushaunt-Token habe ich gerade noch 200 Stück von liegen. Wie gesagt, gerade erst geswappt vor ein paar Tagen. Und genau, dann könnt ihr halt hier auswählen, wie viel BNB ihr in MHT wechseln wollt. Ihr könnt dann hier auch angucken, wie gerade so der Verlauf war. Aber ist es jetzt eine gute Zeit, ist es eine schlechte Zeit, ist es natürlich immer schwierig zu sagen, weil man ja nicht weiß, wo es hingeht. Aber hier könnt ihr halt eben swappen. Jetzt seht ihr, okay, jo, von einer Woche habt ihr für euer BNB noch viel, viel mehr bekommen als für, ähm, als heute. Also immer noch mehr MHT bekommen. Und das liegt einmal daran, dass MHT natürlich zugenommen hat und BNB abgenommen hat. Also hier doppelter Effekt dadurch. Aber halb so wild. Von daher, genau, hier swappt ihr. Und danach geht es auch schon in den Marketplace. Und hier ist ja jetzt auch die Frage, was wollt ihr kaufen, ne? Wir haben hier Heroic, Genesis, Rare, Epic und Legendary. Ich momentan zum Beispiel kaufe mir nur noch entweder Genesis-Pakete. Die finde ich geil, weil die haben halt einfach ein bisschen bessere Chancen. Und das sind halt die Genesis-Pakete, ne? Genesis bedeutet die allererste Generation, die es gab. Und, ähm, das ist halt besonders an denen, ne? Und die haben halt einfach noch ein bisschen bessere Prozente als besonders die Heroic-Box. Ähm, klar. Rare ist dann wieder ein bisschen teurer. Epic ist noch teurer, weil es halt garantiert das epischer ist. Aber das Einzige, was ich noch sagen würde, was sich dann noch lohnt, wäre wirklich ein Legendary hier. Entweder um den zu flippen oder um den halt selber zu spielen. Ich habe selber so einen und werde den später auch spielen. Hm. Aber wenn ihr halt nicht so viel Geld ausgeben wollt, dann holt euch einfach eine Genesis-Box. Ein, zwei, wie viel ihr auch immer euch holen wollt. Das ist es auch schon zum Video. Das ist die Einrichtung. Es ist, äh, wirkt vielleicht kompliziert, aber wenn ihr das ganz ruhig angeht, dann ist das halb so wild. Ähm, kriegt ihr schon hin. Und, äh, genau. Wenn ihr noch Fragen sonst dazu habt, wenn ich was vergessen habe, dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare rein. Ich werde auf jeden Fall darauf antworten. Verspreche ich euch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Also bis dann, save the planet!